Er ist zwar etwa kleiner im Maßstab als in den Kundenspezifikationen, aber es gibt keine Anzeige. Aber es gibt noch keine Anzeige. Aber es gibt noch keine Anzeige. Aber es gibt noch keine Anzeige. Es gibt noch keine Anzeige. Aber es gibt noch keine Anzeige. Kein Problem, ich treffe Astrid zum Abendessen. Willst du hierherkommen? Okay. Ich habe eine gute Anzeige. Sie haben sehr viel mit uns mit uns zusammengezogen. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. No problem at all. Auf Wiedersehen. Cheers.